Herzlich Willkommen liebe Motorradfreunde. Heute zeigen wir euch einen kleinen Geheimtipp. Es handelt sich um das Tiefental. Das Tiefental ist direkt neben der Golden Kuchel. Der Start ist am Ochssattel. Dann geht es auf der Landesstraße 4056 Richtung B27. Es ist eine Schotterstrasse. Hier sind wir ganz oben am Ochssattel. Dann geht es hinunter Richtung Tiefental. Nach einigen Metern beginnt dann auch gleich die Schotterstrasse. Die Schotterstrasse ist sehr einfach zu befahren. Wer in der kalten Kuchel unterwegs ist und Spaß am Schotter hat, kann diesen kleinen Abstecher sehr einfach anhängen. Das Video zur kalten Kuchel ist rechts oben im Video verlinkt. Wieış Sarah is sa desem scheduleden . Die Schotterstrasse Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Strecke hat etwa eine Länge von 6 Kilometern. Man benötigt kein spezielles Motorrad, um diese Strecke zu bewältigen. Untertitelung. BR 2018 Gerne in die Kommentare posten. Den GPS-Track gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und hier ist der Schotter wieder zu Ende. Das war mir gescheit lieb. 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 Vielen Dank.